Ja, Hallöchen, heutiges Gewicht sind 114,6, also minus 0,3 Kilo. Das ist okay, also mit so Intervallen kann ich sehr gut leben. Ich hatte heute Morgen mein Low Carb Brot mal probiert. Das schmeckte sehr gut, muss ich sagen, mit ein bisschen Butter und Lachsschinken da drauf. Da hatte ich drei Scheiben. Die Scheiben, die waren halt so groß, ungefähr wie eine Toastbrotscheibe und halt auch ungefähr so dick. Deswegen ging das. Und heute Mittag hatte ich Hühnchen, habe ich mir klein geschnitten mit Zucchini, Lauchzwiebeln und Erbstenmöhrchen-Mix. Das alles mit Tandoori-Gewürz und angebraten und das war auch lecker. Dann gleich nehme ich noch meinen Abend-Shake einfach, weil ich hatte relativ wenig gekocht heute. Einfach, weil ich ja ein Frühstück hatte. Mietze Katz. Und deswegen nehme ich heute Abend noch einen kleinen Shake, wenn es mich denn überkommt an Hunger. Mietz. Die ist hier gerade quasi vor mir. Jo, das war es für heute schon wieder. Also wie gesagt, 300 Gramm sind runter. Bin gespannt, was morgen los ist auf der Waage durch das Brot. Ich hoffe mal, das haut mich nicht irgendwie jetzt total aus dem Gleichgewicht hier. Aber das werden wir dann morgen sehen. Also dann macht's gut und bis denn. Tschüss. Tschüss.